Moin moin und willkommen zu einer neuen Folge Bleach Soul Resurrection Seit einer langen Zeit mal wieder, man, ich hab gelernt Deutsch zu reden Ich war fast überall in Österreich und so weiter Und ja, hab eine Menge erlebt Meine Stimme ist jetzt auch grad ein bisschen im Arsch, wie man vielleicht hören kann Und nach langer Rede kurzer Sinn, fangen wir mal an Bindig Was, was er immer noch nicht? Aber Yami war die größte Espada von 10 bis 0. Er war die größte Espada. Rukia und Lugier sind die Lugier zu verhindern. Die Lugier hat die Lugier zu verhindern. Es kam schon so lange kein Bleach Total Resurrection mehr, kam auch daher, dass ich erstmal in den vier Wochen von den Sommerferien im Urlaub war, dann nochmal war ich auf Klassenfahrt für fünf Tage und deswegen kam so selten, jetzt so wie Aufnahmen, ja halt von Bleach so wenig und auch von J-Stars Victory kam auch, ja, J-Stars Victory habe ich jetzt erstmal angefangen, nachdem ich erstmal vom Urlaub wiederkam, aber nach drei Tagen später musste ich auch direkt auf die Klassenfahrt gehen, und ich halte jetzt die Schnauze, weil jetzt es anfängt. So, ich werde natürlich jetzt darauf achten, es öfter zu machen, also ich werde jetzt darauf achten, dass jetzt mal ein bisschen öfter was kommt und dass ich hier zum Beispiel auch Games spiele, die jetzt, ich plane natürlich jetzt noch weiter J-Stars Victory, dann habe ich noch vor, mit Freunden zum Beispiel Attack und Titan zu spielen. Auf der Klassenfahrt habe ich auch zum Beispiel ein paar, ja, nette Bekanntschaften gemacht, auch zum Beispiel zum Teil YouTuber, ich weiß auch nicht, ob ihr ihn kennt, werden wir in Zukunft sehen, da wollen wir auch, so, war was großes Plan, so eine YouTube-Gemeinschaft, sage ich jetzt mal. Und dann sagen wir, dann sehen wir mal, wie es sich so entwickeln wird. Mann, jetzt, komm her. Geht doch. Fegt gar nicht. Ähm, ja geil, mein Akku ist fast leer. Ja, komm. Ich sehe einfach nichts. Ja, also, für mich heißt das jetzt erstmal, YouTube wird für mich erstmal so eine große Sache werden, weil ich, ich, beschäftige, beschäftige mich sehr gerne mit YouTube. Ob ich, wenn extra was, also, ich, ich, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie ich das am besten sagen soll, aber, ähm, ich verbringe gerne meine Zeit damit, vor dem Fernseher zu sitzen, was zu zocken und mit euch zu reden oder mit den Leuten, die es interessiert. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr die Leute halt auf YouTube stehen oder auf Gaming oder sonstigen. Ich habe jetzt bald auch noch vor mir ein neues Hetzen zu kaufen, weil meins jetzt total im Arsch ist. Wie man jetzt zum Beispiel in den zwei anderen Jaysers Victory Parts gehört hat, habe ich jetzt einfach nur über Laptop aufgenommen, weil meine, weil meine Kopfhörer einfach so dermaßen im Arsch sind. Und ich hoffe mal, wenn ich bald ein neues Krieg, dass es dann damit besser gehen wird. Boah, meine Stimme ist einfach so im Arsch. Okay, Aria. 47. 47. War. Okay, einer verplatzt. Guck der andere noch. Ist da noch nicht einer? Nö. Okay. Der 0. Espada. Yummy. Yugi. Okay, ich glaub, kommen wir jetzt zum Bosskampf. Ich hoffe mal, dass wir zum Bosskampf kommen. Werden. D-d-d-d-d-d. Oh, doch noch nicht. Was ist los mit der Rückkehr? Oh, ich bin doch. Kürtel Kürtel erledigt wird auch die unsichtbaren Viecher Kürtel Töne treffe mich voll so die Viecher schon wieder die komischen Arrenkons Komm, Yakuya macht euch alle fertig Junge, wie viele gibt es hier noch von denen? Ja, klar ist mieser mal der fucker Ständig muss sie alle befinden, das hat auch die kleinen Viecher Nein, der hat mich doch noch erwischt Nein, oh Före auf Ich mach euch alle fertig Geht doch Ich brauch die kleinen Fische Ich war mir für mich das sind schon wieder große gefahren Okay, so Was hat mir hier drin? Oh, cool Jetzt lass mich doch zum Boss durch Okay Äh Schon wieder ey Das gibt's auch nicht Und jetzt Ich weiß jetzt nicht ob das seine sind oder sein Die des Kollegen Hau ab, hau ab, hau ab Ich lauf da auch noch rein ey Ah, nö Okay, auf die kleinen Fische hab ich jetzt keinen Bock Ah, hier geht's weiter Aber jetzt sind wir doch beim Boss, oder? Ich hoffe doch mal Ja, wir sind endlich beim Boss Geht doch Hat ja lang genug gedauert Geht doch Genau Defeat Yami Nein, geh doch näher dran Okay, das war jetzt richtig Verschwendung Ich kann mich noch gut daran erinnern Als Yakuya Ken und Kenpachi die diesen Konflikt hatten Wäre Yamiya als Töten darf Komm schon Oh man Oh man, das wird ein langer Kampf Nein, ist da wieder noch erwischt Blöde ist ein Leben regeneriert viel zu schnell Geht doch Geht doch Komm runter Okay, wir ziehen ihm viel zu wenig ab Wir haben ihn grad erstmal auf Half Life Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh, das war knapp Ernsthaft Der ist ja auch richtig stark Er war ja Er ist ja der 0. Espada Das heißt, er ist eigentlich der stärkste Uhhh Komm wieder hier runter, geht doch So, jetzt mach ich erstmal mal den Ignition Boost Und jetzt bist du fertig Geht doch Geht doch Geht doch Aaaaaaah Ja genau Wuhu, wenigstens hätten wir das jetzt schon mal geschafft Wie viel Soul Points bekommen wir Äh, ja, wehe, das war klar Aber 1083 Soul Points Ja, ist gar nicht mal so schlecht So, okay, ich würd mal sagen, das war's diesmal mit der Folge Lass eine positive Bewertung da, falls euch das Video gefallen hat Oder ob euch auch da die, da, 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 die J-Stars Victory Folgen gefallen hat Wenn ja, dann wird ihr in Zukunft öfter solche Videos machen, wo ich mit Freunden halt Blödsinn mache, wie J-Stars Victory oder Attack on Titan Oder sonstige Sachen Okay, ich glaub das war's vorerst Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder Haut rein Leute und Ciao!